Heute sprechen wir über die besten Inhalator. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Inhalator. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Wenn Sie nicht nur beabsichtigen, immer wieder eine Kälte zu heilen, sondern zusätzlich täglich wegen einer anhaltenden Lungenkrankung einatmen müssen, empfehlen wir Ihnen den Paraket-Standard. Es bietet nicht viel bessere Vernebelungeffizienz als unsere verschiedenen anderen Empfehlungen, es ist ein wirklich langlebiges und auch lang bewährtes Werkzeug, das zusätzlich für den kontinuierlichen Einsatz geeignet ist. Nicht zuletzt aufgrund dessen wird das Paraket in der Regel von Ärzten vorgeschlagen und auch in Einrichtungen eingesetzt. Der Paraket-Standard verfügt über ein Add-on, das eine Wettbe-Dimension von 3,5 Mikrometern erzeugt. Zusätzliche Essays können ebenfalls erworben werden. Nummer 4. Der MDH-23 von Hylogy wird zusätzlich empfohlen. Es ist ein wirklich nützlicher, batteriebetriebener Membro-Anschicht-Vernebler, der bequem in eine Hosentasche gelegt werden kann. Seine Handwerkskunst ist Top-Qualität, sein klarer und auch geradliniger Stil ansprechend. Nicht nur die äußeren Werte zählen unten, des Programms, die inneren sind zusätzlich endgültig. Auch im Folgenden reduziert er eine außergewöhnlich große Anzahl. Es erzeugt Bitmaße von 1 bis 5 Mikrometern, so dass die Wasserperlen zusätzlich tief in die kleinen Bronchien gelangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Es ist bei weitem der leichteste und auch kleinste Inhalate mit einem Kompressor in der Untersuchung. Sein Layout ist zusätzlich extrem verlockend. Die moderne Drucklufttechnologie des i60 garantiert eine Fragmentdimension von 4,12 Mikrometern. Bei unserer Effizienz-Ausdauerprüfung benötigte das Tablet-Top-Tool von Omron 417 Min, um 2,5 Milliliter eines Kochsalene-Service zu zerstäuben. Kein anderer Kompressor in unserer Untersuchung ist viel schneller. Nummer 2. Eine kleine Giraffe lässt die kleinen Kunden lächeln und lächelt auch, bevor der Kompressor ebenfalls beginnt. Das Gomitär ist der absolute Hingucker Mi 58 Jungs das von Baure, einem eigens Inhalator, der speziell für die Bedürfnisse von Kindern und auch Kindern entwickelt wurde. Die Handhabung des Kompressors und alle Geräte ist ebenfalls wirklich top. Diese sind ebenfalls nicht so groß, so dass sie nicht so gut schädlich erscheinen. Nach Angaben des Herstellers müssen Kinder ab einem Monat mit diesem Gartget einatmen können. Und die Nummer 1 unserer Liste. Was uns an der Medisana besonders gefällt, ist, dass es eine Reihe von Stauraumbereichen hat, in denen Sie alle Geräte speichern können. Es gibt eine große an der Vorderseite, die Röhren passen kann, Begegnungsmasken, die zahlreichen Zubehörteile für drei verschiedene Bitabmissungen und auch Adapter für Mund und auch Nase. Ein zweiter, kleinerer Speicherbereich befindet sich auf der Rückseite des Gartges an der Stromverbindung. Das bedeutet, dass der Inhalator, bestehend aus Geräten und auch allen spezifischen Komponenten, schnell transportiert und auch verstaut werden kann. Das bequeme Management gibt zusätzliche Plusfaktoren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.